Und da bist du jetzt. Ja, da bin ich jetzt. Und du auch. Du bist nicht privat hier, oder? Habe ich recht? Also, das ist Martha, meine Frau. Und ihre Schwester hier, Helene. Hallo. Und ihre Mutter. Also, von den beiden, meine Schwiegermutter. Anni. Ich bin die Anni. I won't forget you. No, I won't forget you. I won't forget you. Ich bin so müde. So müde davon, dass du immer alles können kannst und müssen musst. Man müsste uns Menschen mit so viel Kraft und Druck verdichten, tonnenschwer, dass wir wie Diamanten in der Sonne glänzen. Ja, wir leuchten selber nicht. Und? Schön gehabt? Ihr zusammen alle? Wie man's nimmt. Ich bin ein bisschen, muss man sagen, leider. Ungeliebt. Geschätzt. Gemocht. Und mehr auch nicht seit vielen, vielen Jahren, Mama. Is... Was ist's? Untertitelung des ZDF, 2020